Alle, 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 alle Leute eingeladen. Ich denke, das wäre eine ziemlich geile Folge geworden, muss sie aber kurzfristig absagen, weil ich habe mir die Erkältung des Todes eingefangen und mir geht es wirklich brutal dreckig. Jetzt habe ich mir mit einem Cola-Mix-Getränk ein bisschen Kraft verschafft und mache eben unter anderem jetzt kurz diese Folge, weil aus mehreren Aspekten, zum einen glaube ich erreiche ich nicht jeden über Instagram, Facebook hat mich leider noch nicht freigeschalten und ich glaube, das wird noch mehrere Monate dauern, weil dahinter auch hängt, dass ich erstmal einen neuen Personalausweis beantragen muss. Viele werden bloß über den Stream wahrscheinlich benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt und denken sich jetzt hey, da hat man jetzt schon echt ewig nichts mehr gehört und ja, es stimmt, es gab jetzt schon lange keine Sonderfolgen mehr und eben jetzt diese große Folge, die nicht rausgekommen ist, macht es ein bisschen schade, aber ich habe mir eben letzte Woche schon von Max sehr viele Statistiken rausgeben lassen, um zu schauen an was es denn primär liegt, ist es Pech, liegt es an der Laufleistung, was eben so meine Hypothese war und ja, es wäre eigentlich schade, wenn diese Daten verloren gehen, deswegen würde ich jetzt ja quasi meinen Part, den ich im Podcast eingenommen hätte, ja euch präsentieren, sodass ihr dann wenigstens eine Viertelfolge habt. Meine Hypothese ist ja gewesen, dass wir zu wenig laufen, das ist natürlich immer so eine Anfängeranalyse, weil das sieht man halt auch relativ schnell mit blankem Auge und die Statistik hat es dann auch zumindest für die Mannschaftsdistanz ja, unterstrichen und am ersten und dritten Spieltag waren wir auf dem letzten Platz der Laufleistung von allen Teams, selbst jetzt am siebten Spieltag waren wir vorvorletzter, am sechsten Spieltag weiß ich nicht, ob wir letzter waren, weil da fehlen einfach von zwei Vereinen die Daten, aber auf jeden Fall waren wir da auch vorvorletzter also von der reinen Vereins- oder Mannschaftslaufleistung stehen wir dieses Jahr relativ schlecht da allerdings sind wir auch in den Spielen, wo wir eigentlich nicht so schlecht waren, aus meiner subjektiven Sicht, eben auch manchmal hinten drin gewesen, eben beim Hannover Spiel lag es nicht daran, dass wir zu wenig gelaufen sind, sondern dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben und beim Ulm-Spielen war man auch eher unten drin in der gesamten Laufstatistik, aber ich erwarte trotzdem aus meiner Kreisliga-Sicht, dass wenn man als Abstiegskandidat immer hinten drin ist, sagt es trotzdem irgendwas aus und ich bin so aufgewachsen und tut mir leid, deswegen bin ich vielleicht auch kein Profifußball geworden, aber laufen kann man immer und vor allem ist es halt eklatant zu sehen, dass wir sehr schlecht den Schalter umlegen können und das ist nicht nur eine mentale, sondern auch eine physische Frage, finde ich, weil wenn du physisch nicht fit bist, bist du mental nicht fit. Aber deswegen habe ich mir eben die Statistiken auch von Max geben lassen, weil so einfach ist die Geschichte eben dann doch nicht. Denn es kristallisiert sich eher heraus, dass unser Pressing von Zeit zu Zeit schlechter wird oder eben nicht funktioniert und deswegen wir ja auch sehr oft unnütz laufen und dann natürlich vielleicht auch die Motivation verlieren zu sprinten, wenn eben deine ganze Arbeit nicht zu Ballgewinnen führt. Und es gibt da eine Statistik, die eben anzeigt, wie oft der Gegner sich den Ball hin und her spielen konnte, bis dann eben ein erfolgreicher Zweikampf erfolgt ist. Also lässt man den Gegner hinten rumschieben oder wird man eben ausgekontert und dann gibt es eben noch hohe Ballgewinne. Das bedeutet im letzten Drittel des Gegners, also da, wo es dann gefährlich wird. Und da standen wir im Spiel 1 und Spiel 4 sehr gut da, was die eroberten Bälle anbelangt. Und bei Spiel 4 würde ich ja behaupten, liegt es eher daran, dass wir zu blöd waren, Tore zu schießen. Also das war das Fürth-Spiel und das Hannover-Spiel, ja, das, wie gesagt, das war kein so schlechter Einstand in die 2. Liga, aber hätte man mindestens unentschieden spielen sollen müssen. Dann gibt es halt die ganzen Ausreißer und das ist vor allem Spiel 7 und Spiel 8, also die letzten beiden Spiele. Da haben wir den Gegner den Ball bis zu 25 Mal den hin und her spielen lassen, zum Vergleich, gegen Ulm waren 7, bevor der Zugriff erfolgt ist und ein erfolgreicher Zweikampf passiert. Und im Spiel 7 haben wir keinen einzigen hohen Ballgewinne gehabt. Also das Kaiserslautern-Spiel. Da ist es 0-0 dann unterm Strich. Schmeichelhaft zeigen auch die X-Goals. Die X-Goals zeigen eine Differenz von 0, also beide Mannschaften hatten den gleichen X-Goals wert, aber dazu komme ich dann später nochmal. Tatsächlich war das Spiel 6, also mit unser bestes Pressing-Spiel. Da haben wir 6 hohe Ballgewinne gehabt und haben den Gegner nur auch 6 Mal spielen lassen, bevor der Zweikampf erfolgt ist. Und von den X-Goals-Werten her hätte man es auch gewinnen können. Also wir haben 3-0 verloren gegen Preußen Münster, hätten aber 3,52 X-Goals gehabt. Aber da ist natürlich auch viel Varianz dabei. Deswegen, ja, stimmt so mein ja, meine Vermutung oder mein Hass nicht, weil ich habe mich nach dem Münster-Spiel brutal aufgeregt und habe gemeint, ja, da haben wir uns quasi kampflos ergeben. Das geben die Statistiken nicht her. Kampflos ergeben haben wir uns in Spiel 7. Nach dieser Statistik. Was eben Kaiserslautern ist, wir aber alle abgefeiert haben, weil ja, die 0 gestanden hat. Aber da haben wir halt den Bus geparkt und deswegen, wie gesagt, also reine Raufleistung, reines Pressing ist wohl dann auch nicht immer das Perfekte, aber es ist zumindest eine Annäherung, dass wir Spiel 6 gegen Münster versucht haben und wahrscheinlich, ich habe jetzt die Tore alle nicht mehr im Kopf, aber wir sind halt dann in eine naive Falle gelaufen. Was hilft, was sagt dann das beste Pressing natürlich? Auch nichts hilft, wenn du vorne die Chancen nicht machst und hinten dann dumme Tore kassierst. Allerdings war das Münster-Spiel mit dem Hertha-Spiel das schlechteste Spiel bei Laufleistung pro Feldspieler. Da kann man vielleicht dann argumentieren, wenn jeder nochmal den letzten Meter gegangen wäre, hätte vielleicht noch was passieren können und das ist vielleicht auch so meine subjektive Sicht, die sich darin bestätigt, dass wir dann zu oft, ja, mit unseren Schicksalsschlägen hadern und ja, dann einfach nicht mehr fighten bis zum Schluss, weil wir denken, oh Mann, jetzt ist schon wieder das Tor gefallen und wir dann sehr schlecht motiviert sind, ja, nochmal Gas zu geben und eben dieses, ich habe es glaube ich im letzten Podcast oder im Aftermatch-Talk gesagt, ja, früher waren wir nie abgeschrieben und wir haben auch noch bis in die 96. Minute gekämpft und gehofft, dass wir unwahrscheinlicherweise noch zwei Tore schießen. Ist sehr schlecht, sehr oft nicht aufgegangen, aber allein dieser Nimbus, dass jeder, der weiß, ich komme in die, oder ich spiegele in den Jahren und ich muss 1000% geben, weil die so giftig sind, macht natürlich auch was mit der gegnerischen Mannschaft, im Gegensatz zu Loll der Jahren. Wenn man sich die ganzen X-Goals und X-Points-Werte anschaut, also die erwarteten Punktgewinne und zu erwarteten Tore, dann kann man sagen, wir unterperformen nicht maßlos, also es ist nicht jetzt krasses Pech, dass wir da unten drin stehen. Wie gesagt, das Münsterspiel hätte man mit viel Varianz auch gewinnen können, aber unterm Strich haben wir fünf Punkte zu wenig, aber wenn man das natürlich mit allen, die zu wenig und zu viele Punkte hat, würden wir trotzdem bloß auf Platz 15 stehen und eben trotzdem hinten drin sein. 15 wären wir natürlich jetzt lieber als 18, aber wir wären trotzdem deutlich hinten drin und so eng wie die Tabelle ist, könnten wir uns jetzt mit einem unwahrscheinlichen Sieg gegen Düsseldorf auch noch nach oben katapultieren. Also wir könnten diesen Wert auch locker wieder in einem Spieltag ausgleichen. deswegen, ja, ist jeder Punkt wertvoll, weil die Tabelle vor allem unten auch so eng ist. Wenn man jetzt die einzelnen Spiele von den X-Goals her durchgeht, dann bestätigen sich so manche Gefühle dann doch gegen Hannover, wären unentschieden eigentlich auch nicht so ungerecht gewesen. Da hatten wir sogar ein bisschen mehr Torwahrscheinlichkeiten als Hannover. Das Spiel gegen Ulm hätte nach X-Goals unentschieden ausgehen müssen, finde ich auch irgendwie erstaunlich, hatte ich gar nicht so im Kopf, fand uns da eigentlich schon dominierend. Hertha BSC war dann schlussendlich verdiente Niederlage. Wäre mal interessant zu wissen, ob, ja, bis zu welcher Minute die X-Goals dann so wären, wie wir da quasi bis zur, weiß ich nicht, 89. Minute da gestanden wären, aber die Daten habe ich leider nicht. Jan Regensburg war, Jan Regensburg, wir gegen Fürth, war unterm Strich dann doch eine verdiente Niederlage. Ja, finde ich auch irgendwie erstaunlich, weil ich mir da auch denke, ja, wenn wir mit, also, wenn wir mit 2-1 in die Halbzeit gehen, dann wäre das auch nicht unverdient gewesen, aber wie gesagt, das sind ja dann die X-Goals nach Abpfiff und zur Halbzeit oder so, da wäre natürlich ein Verlauf interessanter, vielleicht kann ich damit irgendwann anders mal aufwarten. Hamburg war eine absolut verdiente Niederlage. Gegen Münster hätte man auch eben nach X-Goals gewinnen können, aber das ist, finde ich, auch sehr weit hergeholt. Gegen Kaiserslautern war es das verdienteste Unentschieden, das vielleicht jemals gemessen wurde. Und ja, Paderborn war unterm Strich dann auch eine verdiente Niederlage, aber nicht in der Höhe. Also die X-Goals sagen, Paderborn hat 0,61 Differenz zu uns, also mehr X-Goals als wir. Und ja, ihr wisst, wie es ausgegangen ist, 3-0. Deswegen war es ein bisschen zu hoch, aber unterm Strich, wie gesagt, ja, fehlen uns nach diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten rund 5 Punkte, aber dann wäre die Tabelle trotzdem anders, weil die anderen fehlen ja auch Punkte. Aber mit Platz 15 könnte man natürlich alle leben. Trotzdem gibt es da eklatante Schwierigkeiten und aus meiner Sicht, und das bestätigt dann so vielleicht ein bisschen auch dieses, dass es gegen Kaiserslautern geklappt hat, gegen Paderbornern aber nicht mehr, dass wir auf Dreierkette umgeschaltet haben. Und der Paderbornertrainer wusste dann, wir werden unser System überhaupt nicht ändern, wir werden wieder genauso antreten wie zuvor. Und ich finde auch diese Unausrechenbarkeit, ja, ein ganz großes Problem, auch wenn ich natürlich mich leicht tue, weil richtig gute Mannschaften passen dieses System auch nicht jedes zweite Spiel an. Aber, ja, ich keine Ahnung, uns muss man gar nicht analysieren. Wir sind so leicht auszuanalysieren, weil wir eben auch vielleicht keine Spieler haben, die mal das Momentum durchkreuzen. Da nehme ich auch Cota in die Pflicht, Feed in die Pflicht. Ich habe heute die Opta-Daten bekommen und, ja, das sieht man eben auch, dass wir fast gar keine Fernschüsse machen. Unser Spiel ist ausrechenbar, unsere Aufstellung ist ausrechenbar, die einzelnen Aktionen der Spieler ist ausrechenbar. Und was mich am meisten eben nervt, ist, dass keiner irgendwie eine Erklärung findet, sondern die einzige Aussage, die man hört, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ja, aber ich würde halt gern von irgendwelchen Leuten, die da oben was zu sagen haben, eine bessere Analyse hören, als ja, jetzt müssen wir halt alle zusammenhalten. Und natürlich dürfen wir nicht so viele Tore kassieren und solche Geschichten. Ja, da würde ich mir tiefere Analysen wünschen, aber die kriegt man vermutlich auch von anderen Vereinen nicht so sehr. Aber ich bin die Durchhalteparolen leid. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, würde ich am liebsten mich jetzt in den Winterschlaf legen und nächste Saison neu aufstehen. Also meine Euphorie ist komplett weg. Die Mannschaft zieht mich nicht mit. Das Umfeld zieht mich nicht mit. Gerade im Moment macht es, glaube ich, ja, so viel Spaß, Jan-Fan zu sein wie Zahnweh. Aber natürlich bin ich immer noch total großer Jan-Fan, aber nur wegen den Menschen drumherum und nicht gerade, weil die Mannschaft mich so mitzieht. Obwohl natürlich jemand wie Bulic oder Wurm mich schon noch begeistern können. Aber das ist halt einfach, ich weiß es nicht, ja. Also da fehlt es ein bisschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Spirit da jetzt großartig zurückkommt. Ich lasse mich natürlich eines anderen belehren, weil wir hatten es heute im Discord, wenn jetzt so ein Wunder passiert, dass wir 2-0 zurücklegen gegen Düsseldorf und noch 3-2 gewinnen oder wie früher 3-0 und jetzt 4-3 gewinnen, dann kann dich das natürlich auf einmal über die Saison tragen, weil unsympathisch sind die Jungs ja nicht. Aber ich sehe halt keinen so richtig diesen Abstiegskampf annehmen, sondern ja, nicht nur die nicht nur die Jungs, sondern auch wir im Umfeld haben eigentlich schon so ein bisschen mit der zweiten Liga abgeschlossen nach dem achten Spieltag. Und das darf eigentlich nicht sein und da nehme ich mich auch in die Pflicht, aber ja, mir fehlt da auch ein bisschen der Glaube, die Kraft, das, ja, das umzukehren. Und das spiegelt sich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Mannschaft wieder. Ich, wenn was zu sagen gehabt hätte, hätte wahrscheinlich, obwohl ich Joe Enochs als Person unfassbar toll finde, ja, trotzdem versucht auf der Trainerposition jetzt neue Impulse zu setzen und einen neuen Trainer, vielleicht sogar mit Trainerteam, wenn es möglich gewesen wäre geholt, weil, wenn man ganz ehrlich ist, seitdem er seine ganzen Leute nachgezogen hat, wurden wir von Woche zu Woche schlechter. Ich sehe keinen Aufwärtstrend, ich sehe nicht, dass wir taktisch irgendwelche Finessen machen, ich sehe nicht, dass Leute besser werden, mal Poldi Wurm ausgeklammert, aber jemand wie Cota wird von Woche zu Woche schlechter, jemand wie Fied wird von Woche zu Woche schlechter, auch Bröger wird schlechter, der wird nicht besser. Kühlwetter hat noch seinen Durchbruch nicht bekommen, aber wie viele Spieltage will man denn bei einem erfahrenen Spiel erwarten, bis er seinen Durchbruch hat und ja, man kann nicht die komplette Mannschaft austauschen, wobei wir wieder beim Thema sind, dass man sich auch über Bayer-Lorzer Gedanken machen muss, was da schief gelaufen ist, weil was man eben, ja, wir haben es ja auch vorher gesagt, also das ist ja nicht so, als wäre es nicht auffällig gewesen, dass die Außenverteidiger nicht für diese Liga gewachsen sind und dass auf der Innenverteidigerposition, ja, noch einer fehlt, allein für die ganzen Verletzungen, weil war ja irgendwie klar, dass Ziegele die ganze Zeit Fußweh hat und Salah nicht eine ganze Saison durchspielen kann und Schönfelder nicht das stabilste Kreuzband hat, war jetzt auch kein krasses Geheimnis und meine letzte Winterpause hat er eben mit Talik eben auch in so ein Fettnäpfchen getreten und irgendwann muss man sich überlegen, ja, ist es Pech oder ist es Unvermögen oder haben wir eigentlich gar keine vernünftigen Leute mehr, ja, auf unserer, auch in unserem Schattenkader, wie man immer so schön sagt, weil wenn ich von Bayer Leutzer höre, wir waren an einem Außenverteidiger dran, aber der wollte nicht zu uns, der wollte nicht zweite Liga spielen und letztes Jahr eben keiner einen Stürmer gefunden hat in der Winterpause, obwohl man da Monate Zeit hatte, sich darauf einzustellen, dann weiß ich auch nicht, hast du kein Telefonbuch, hast du keine Kontakte, also dann ist es schon echt schade und da ist halt dann die Frage, ja, ist dann die Sportdirektor-Position dann überhaupt das Richtige, aber das glaube ich, sollte man jetzt halt einfach, das ist jetzt so meine Meinung, jetzt müssen wir es glaube ich durchziehen, jetzt kann man es nicht mehr ändern, jetzt ist die Länderspielpause vorbei und ich denke, jetzt muss man schauen und wie es bis zur Winterpause geht und dann hoffentlich, ja, die richtigen Schlüsse ziehen, wenn es natürlich bis dahin super läuft, dann sind so Kritiker wie ich verstummt, aber wenn wir dann in die Scheiße reiten, dann muss man wirklich diese ehrliche Aufarbeitung, die uns schon seit Jahren versprochen wird, mal einfach machen, keine Ahnung, dann muss sich der Hans mit vernünftigen Leute in ein Zimmer hocken und das ganze Wochenende mal analysieren, was ist der Jahrenweg, warum kommen wir von dem Jahrenweg immer wieder ab und wie schaffen wir es, diesen Jahrenweg, den Keller eingeschlagen hat, ja, einfach jetzt mal, ja, neu aufzurollen, weiterzuentwickeln und nicht einfach nur zu verwalten, weil seit Keller weg ist, verwalten wir das bloß und der Aufstieg täuscht halt so ein bisschen drüber hinweg, obwohl ich mich ja persönlich auch sehr drüber gefreut habe und auch gesagt habe, ich werde nicht großartig meckern, wenn wir in die zweite Liga aufsteigen und jetzt meckere ich, ich alter Heuchler, aber ich will auch nur das Beste für den Verein, ich will da niemanden hinhängen, ich mag Bayer Lorz auch als Person, aber so ist das Business und ich würde mich freuen, wenn sie auch sich mehr kritisch, ja, und nicht nur äußern, sondern auch hinterfragen, weil ich finde, Kritik ist das Wichtigste in diesem Business und Kritik annehmen und dann, ja, kann man das Ruder auch umreißen, aber wenn man kritiklos jede Woche das Gleiche versucht und glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und auf alle anderen nicht hört, ja, dann und trotzdem verliert, dann hat man halt einfach Unrecht. Am Samstag Nachmittag sind wir schlauer, ich wollte eigentlich Turmfunk kommentieren, aber ich habe jetzt einen Ersatz gefunden, danke Lauti fürs Einspringen, weil, ja, mein Hals macht jetzt schon wieder fast dicht und ich möchte euch natürlich auch nicht im Stadion anstecken, aber wie gesagt, mit lautem Schlager hat man ja den gleichen Krantler dahinter, also hört den Turmfunk und ich möchte mich noch am Ende bei allen bedanken, die mich vor allem mit Daueraufträgen und Dauerspenden so gut unterstützen, ich glaube, es ist jetzt wirklich niemand dazugekommen, der neu mal was gespendet hat und ist ja auch klar, meine Performance die letzten Wochen war nicht fantastisch, ich muss aber auch sagen, ja, ich hatte wieder so ein bisschen Zweifel an meiner Selbstständigkeit, weil einiges auf mich draufgeprasselt ist und da muss ich sagen, dann gab es an einem Abend, habe ich dann aufs Konto geschaut und dann habe ich wieder gesehen hier, also nicht nur die Dauerüberweiser, sondern natürlich auch Paul und Sonja aus Vilshofen, die wieder einen großen Batzen gespendet haben, obwohl gar kein Content gekommen ist. Ja, danke dafür, das hat mich dann schon motiviert, konnte aber nicht sofort mit einer Ausgabe starten. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich mich wieder ein bisschen fange und dann wieder so Scherze machen kann, wie mal ein Spieler, ja, vielleicht stellt sich ja sogar Bayer Lord, sagen wir mal, man wird sehen, ich glaube, vor der Winterpause wird es jetzt vielleicht nichts, ich weiß gar nicht, ob noch eine Länderspielpause ist, aber zumindest versuche ich, dass wir nächste Woche, alles spätestens übernächste Woche, wieder eine Ausgabe machen und ja, jetzt fällt mir am Ende ein, dass ich völlig vergessen habe, über das Testspiel gegen Augsburg zu sprechen, aber da hat der Jan Block eine sehr gute Spielzusammenfassung gemacht, obwohl ich nicht, es nicht so euphorisch sehe wie die, also deswegen kleine Anmerkung von mir, wir haben uns zwar Chancen erarbeitet, aber wieder nichts getroffen, wir haben aus meiner Sicht die defensiven Fehler nicht abgestellt, vor allem hat mir wieder nicht Brian Hain gefallen, tut mir leid, da würde ich mir eben wünschen, dass da doch mal der Sprung kommt, dass man versteht, wo man stehen muss als Außenverteidiger und ja, und die Kreativität in der Mitte hat mir nicht gefallen, man kann das jetzt gut reden und sagen, wir haben da ordentlich, ordentliche Chancen erarbeitet, die standen nur im Abseits oder man kann, so wie ich sagen, ja, das sind die gleichen Fehler wie zuvor, ich habe da noch nichts abgestreckt gesehen, aber das war letzten Donnerstag und da hatte man ja jetzt seit über eineinhalb Wochen Zeit, diese Fehler, die man im Testspiel gesehen hat, hoffentlich gesehen hat, abzustellen und somit war es auch von mir, also wie ihr seht, ich hätte ungefähr 20 Minuten geredet, die anderen ein bisschen weniger, dann wäre es eine gute Stundenfolge gewesen, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und ja, deswegen, tschüss mit dir. Allee, 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 Allee